Das Leben ist kein Sog aus Willkommen zum Recrept. Das Gösg hat eine hunderte Liter Heizöl auf die Wiese gelernt. Schau nur, weil Heizöl auf den Boden leer ist, sonst ist es noch lange keine Bodenheizung. Solothurn ist einfach der Aargau light geworden. Die Schweiz hat Menschen recht bei den Corona-Massnahmen nicht verletzt. Dafür sind jetzt wieder dem seine Gefühle verletzt. Mi mi mi, unnötige Volksinitiative Loading. Apropos, in China huschen auffällig viele Kinder umeinander. 2019 angerufen, es will ihre scheiss Pandemie zurück. Und auf TikTok gibt es jetzt den Bird-Test, um herauszufinden, ob es ein gutes Bärchen ist. So ein Dreck-Bird-Test. Früher haben wir einfach noch gefögelt. Smash. Etwas, was dieser Langläufer jetzt nicht mehr kann. Also nicht, weil ihm das Schnabe eingefroren ist, sondern weil er ein Langläufer ist. Mein Dickverlust! Was für ein Loser-Sport. Sunrise wird jetzt Sunset. Die stellen nämlich 200 Leute auf die Strasse. Geil macht der Federer damals Werbung für den Raff. Und die St. Gallen ist eine Autofahrer besoffen von der Polizei weggerannt. Mit dem Auto wärst du schneller gewesen, du Dubbel.